Wir sind mit den Jungs in der Party und ich mach nebenbei noch 3's Lifelame-Clane. Und let's go! Auf geht's! Ich spiel es richtig aus. Hä? Das ist ja nicht gekocht. Wenn ich doch nur mal Samen hätte. Samenbein geht nicht richtig gut. Okay, kennt er nichts. Du hattest nicht was. Ja, okay, der ist 98, Dinger. Im Keller ist er nicht, nee. Nee. Nein, ist er nicht. Hast du aber früher erkannt, als du mit deiner Drohne an mir vorbeigefahren bist? Was? Sam ist mit seiner Drohne an mir vorbeigefahren. Loll. Pfff. Hab ihn! Hab ihn! Der kann erst anfangen 2 gegen 1, oder? Ja. Der wollte doch. Ich mein, so zerlernen wir beide. Beide. 2 gegen 1, kurz recht den zerlernen. Hm? Nein, in schwierigen Situationen, um zu gehen zu können. Jetzt kommen die neue Staubsauger. Workmen. Ja. Auf den rein geht's. Ach. Was? Ja. Der war ich einfach so. Ja. Abwech. Abwech. Keine. Lian, kann das sein, dass du dich komplett zugebot hast? Ja. Ich muss sofort leitungen. Warum? Warum? Weil das ziemlich assi ist. Ich hab doch gespielt, ich spiel jetzt an und zu. Ich hab doch gespielt, ich spiel jetzt an und zu. Auch nice. Wie hab ich dich nicht gekriegt? Wie hab ich dich nicht gekriegt? Naja, egal. Junge, zum Glück konnte ich da durch. Das stimmt, mit Thatcher. Aber wir haben richtig nicht gekriegt und nur so wenig Schaden gemacht. Bei mir hast du mich drauf, aber hast du geschliffen, du. Entscheint. Ich streiche das wieder, ganz klar. Das ist doch normal rum. Nein, eigentlich wollte ich das nicht. Eigentlich wollen wir mal machen, weißt du. Wir können wollen die tun. Dann müsst ihr gehen, wenn ich ganz kurz den Rund rein mache. Ja, ich glaub ich geh nach der Runde auf. Ich hab noch was zu tun. Ich wollte, ich hab mir Ziel gesetzt, dass ich jede Geschichte, die ich habe, kombiniere. Und Sam, du könntest ja auch alles lesen. Hättest du Discords. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich lass die weiteren Runde mit. Ich finde es aber nur schade, bin ehrlich. Es war schön, wenn es hätte. Aber du musst natürlich nicht. Ich fühl mich aber freuen, bin ehrlich. Ja, ist okay. Dann lass es einfach. Ist ja das geschehen. Das bin ich jetzt Beteiliger, gell? Ja. Ey Leon, wenn das nicht mit der Bombe wäre, würde ich gerne einfach ein normales eisg-1 verweißen davon, ohne irgendwas umbauen zu müssen oder beschützen zu müssen. Ja, aber es geht aber nicht. Das ist echt schade. Weil ich würd echt gerne einfach normales eisg-1 machen. Jummi, jetzt ficken mich wieder alle zusammen. Aua, 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 Aua. Das ist halt gleich mein Leben. Ach stimmt, machst du ja ja, gerade. Aua, 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 Aua. ich hab doch volle Focken die an wo ist dieses kleine Hohen? oh nein ich hab nur noch schnell ins Bad raus zwei drei ich hab mich beinahe ich hab mich nicht in die Ohr du bist oh mein gott mir schocken als er kommt von oben oh mein gott hast du mich ja schocken lehren einzig 1 ich gehe nach dem off den 1 2 wird mit mir als die 1 machen ich gehe dann auf am pc ein bisserl zocken aber ich werde ein party alter lernen ist ich habe alles so erschrocken also ich spiel jetzt wahrscheinlich noch ein zwei runden und dann schaue ich wahrscheinlich was mit deinen eltern weil ich sehe jetzt schon den ganzen tag in hellen bist du schon seit 14 30 nee seit 11 30 ok jan sagen wir einfach immer wo man ist damit es schneller geht ja ich bin oben in diesem einen raum wo du wo wir vorhin waren wo man durch das pult geschossen wurde ich verlaufen ich hab hier ich kenne mich da eigentlich voll auswendig einfach nach oben wenn ich doch nur eine pultere hätte aha Alter, was so laut! Ich stimm mich kurz. Der Staubsauger seiner Marm. Ich hab mich auch gemerkt. Wirklich? Ja, aber Digga, die eine neue Schülerin in unserer Klasse ist so süß. Also nicht, dass ich sie liebe, aber sie ist so süß. Okay. Ja. Wo ich noch mal gesagt habe, weil ich will jetzt nicht sagen, wenn Jan und Felix mit hier drin kommen, weil das kommt ein bisschen Wird. Warum kommt das Wird? Weil wir in der gleichen Arbeit sind. Ja, Mama? Ja, Mama? Ich komme gleich. Er scheint recht, glaube ich auch. Ja. Ich muss jetzt nach dieser Runde gehen. Ich gehe nur nach der Runde. Ja, ich meine aber nach dieser Runde. Ich werde die Runde starten. Ich werde die Runde starten. Das bin ich langsam echt gut. Die ganze Zeit zu warten. Ich werde auch nicht mit diesen waren. Ich gehe doch nur ohne Hipolette. das dauert noch ein bisschen kann sie da durchschießen auch ja ich muss jetzt ausmachen ok also doch, tschöööö ich bin auch weg ok tschöööö 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 Oh. Something's coming. I'm deployed. Perhaps I've misjudged the situation. Oh. 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 Die Räging Wren ist auf eine Kylo-Spray. Die Räging Wren ist ein Stereotyp, ein historisches Spiel von den Masters of Cruelty. Die Räging Wren ist ein Stereotyp, ein Stereotyp. Die Räging Wren ist ein Stereotyp, ein Stereotyp. Die Räging Wren ist 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 ein Stereotyp. Die Räging ist ein Stereotyp. Oh Gott. Ich hab ihn. I need to like the shield. Whatever I have to do. Ah. Throw your face. Shut your face. Das war's. So Leute, das war es dann schon mit dem kleinen Live-Play, denn ich habe jetzt noch was vor und ich würde sagen, wir sehen uns dann vielleicht später nochmal oder sogar morgen und Wiederschauen und reingehauen. Hatte Spaß. Bis morgen oder später.